Schaut euch an, wie diese Seegurke ist. Ist das nicht unglaublich? Diese klebrigen Tentakel fangen alles, was vorbeischwebt. Es ist wie ein Drive-Thru im Ozean. Und das ist noch nicht alles. Wusstet ihr, dass Seegurken durch ihren Hintern atmen? Stellt euch das mal vor. Also, wer von euch würde gerne eine Seegurke als Haustier haben?